Der SoundLink Around Ear Wireless von Bose gehört zu den Kopfhörern, die Musiksignale sowohl über Bluetooth wie auch per Kabel empfangen können. Anders als sein Onir-Schwestermodell ist dies aber kein Ohr-Aufliegender, sondern ein Ohr-Umschliessender Hörer. Der weisse oder auch in schwarz erhältliche Kopfhörer wiegt nur gerade 150 Gramm. Der Klang ist ausgewogen, ohne allzu wummernde und dröhnende Bässe. Der SoundLink Around Ear bietet ein sauberes, transparentes Klangbild. Der geladene Akku hält für etwa 15 Stunden Musikgenuss. Mit langlebigen Materialien wie Glasfaser-verstärktem Nylon und korrisionsbeständigem Edelstahl ist die Verarbeitung sehr hochwertig. Für unterwegs lässt sich der Hörer in diesem stabilen und mitgelieferten Case transportieren. Nicht gerade billig, aber hochwertig und sehr komfortabel. Mit erfreulich hoher Klangqualität. Mit erfreulich hoher Klangqualität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017